Der Dezember Der D-Zug, der elektrisch fährt, schlägt Funken aus dem Rad und ein Schlitten zieht das Pferd, wenn der Dezember naht. In allen Häusern aber sind die Kinder aufgeregt, weil im Dezember jedes Kind geheime Wünsche hegt. Der Hans wünscht sich ein Schaukelpferd, Susanne einen Bär und Franz und Frieda, Gritt und Gerd, die wünschen sich noch mehr. Die Kinder schreiben ungehemmt, Wunschzettel, keck und frisch, die Zunge seitwärts eingeklemmt. So sitzen sie am Tisch. Geflüstert wird, getuschelt wird, es spitzt sich jedes Ohr und man holt Krippe, Ochs und Pferd aus einer Lade vor. Und eines Tages läutet dann das Glöckchen hoch und fein, Es läutet, was es läuten kann, den Weihnachtsabend ein. Das altbekannte Zimmer glänzt, als wär's ein neuer Raum. Und dort, von Engelshaar begrenzt, Strahlt auch der Weihnachtsbaum. Darunter steht das Schaukelpferd, darunter sitzt der Bär, darunter gibt's für Gritt und Gerd und Hans und Klaus noch mehr. Da glänzen Äpfel, blank und rot, da gibt es Marzipan und Eisbonbons und Früchtebrot und eine Eisenbahn. Brumm kreiselt rot und blau lackiert, dreht summend sich im Kreis. Es wird geschleckt und schnabuliert mit allergrößter Fleiß. Erst spät am Abend, gegen zehn. Das Haus ist kerzenwarm, müssen die Kinder schlafen gehen. Ein Spielzeug unterm Arm. Sie träumen unterm Kräuselhaar. Sie träumen krumm und gerat. Wie schön es wird im nächsten Jahr, wenn der Dezember naht.